Hallo, ich bin Simon und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Im 19. Kapitel von Richard David Prechts, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, befinden wir uns im Uterus, die Geburt der Würde. Ist Abtreiben moralisch? Unter anderem in diesem Kapitel Judith Jarvis Thompson. Ich wünsche euch viel Spaß. Versetzen wir uns in folgende Lage. Sie gehen in ein Krankenhaus, um dort eine Freundin zu besuchen. Sie durchqueren die Eingangshalle und betreten den Fahrstuhl. Da sie nicht mehr ganz sicher sind, in welchem Stockwerk ihre Freundin liegt, drücken sie den falschen Knopf. Als sie aussteigen, landen sie in einer Abteilung, auf der freiwillige Spender an Patienten angeschlossen werden, die ohne fremde Hilfe nicht überleben können. Sie aber durchschauen die Situation nicht. Nachdem sie eine Weile im Wartezimmer waren, werden sie hineingerufen und ein Arzt gibt ihnen eine Betäubungsspritze. Als sie aufwachen, liegen sie in einem Krankenhausbett und im Bett neben ihnen liegt ein bewusstloser Mann, an dem sie mittels komplizierter Gerätschaften angeschlossen sind. Sie rufen nach dem Arzt und man erzählt ihnen, dieser Mann sei ein berühmter Geiger mit einem Nierenleiden. Er könne nur überleben, wenn sein Kreislauf an das Kreislaufsystem eines anderen Menschen mit derselben Blutgruppe angeschlossen werde, und sie sind tatsächlich die einzige Person, deren Blut geeignet ist. Da es sich um ein renommiertes Krankenhaus handelt, bedauert man das Missverständnis natürlich zutiefst. Man hatte gedacht, dass sie sich freiwillig zur Verfügung gestellt hätten. Man bietet ihnen an, sich von dem Geiger wieder abkoppeln zu lassen, allerdings auf dessen Kosten, weil der Geiger dann sterben muss. Doch wenn sie sich bereit erklären, für neun Monate mit dem Mann verbunden zu bleiben, wird er genesen. Und man wird sie anschließend von ihm abkoppeln, ohne sein Leben zu gefährden. Was würden sie tun? Eine ziemlich haarsträubende Geschichte, werden sie jetzt sagen, eher ein Albtraum und nicht gerade aus dem Leben gegriffen. Welcher Krankenhausbesucher lässt sich schon einfach so einer Betäubungsspritze verpassen? Natürlich haben sie recht. Aber wie immer bei solchen moralischen Dilemmaten aus der Werkstatt von Philosophen und Psychologen geht es auch hier nicht ums Detail, sondern ums Prinzip. Die Geschichte stammt in leicht abgemandelter Form von Judith Jarvis Thompson, einer Philosophie-Professorin am berühmten Massachusetts Institute of Technology. Und die Antwort, auf die sie ankommt, lautet, es ist nett von ihnen, wenn sie die neun Monate im Dienst des Geigers ihre Nieren zur Mitbenutzung bereitstellen und im Krankenbett ausharren, aber sie sind in keiner Weise moralisch dazu verpflichtet. Wie sie sich nach dem Lesen der Überschrift dieses Kapitels gedacht haben werden, geht es bei diesem Beispiel natürlich nicht um fiktive Geiger, sondern um etwas Allgemeines. Sie sind unerwünscht, ungeplant und vielleicht sogar gewaltsam in eine Situation gebracht worden, für ein anderes menschliches Lebewesen körperlich unmittelbar verantwortlich zu sein. Und der häufigste Fall, in dem so eine Situation auftritt, ist nicht die Verdrahtung mit nierenkranken Geigern, sondern eine unbeabsichtigte Schwangerschaft. Eine Frau, die ungewollt schwanger wird, so Thompson, ist in einer sehr ähnlichen Situation wie bei dem unfreiwilligen Verbund mit dem Geiger. Und so, wie sie nicht dazu gezwungen sind, Verantwortung für das Leben des Geigers zu übernehmen, so ist auch die Frau es nicht gegenüber dem Embryo, der ungewollt in ihr heranreift. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau, meint Thompson, wiegt schwerer als die unfreiwillig eingegangene Verpflichtung gegenüber anderem Leben. Dieses Argument wurde sehr populär. Es inspirierte den Feminismus zu dem Slogan »Mein Bauch gehört mir«. Doch selbst, wenn man diesen Satz gerne unterschreibt, Thompsons Begründung erscheint doch ziemlich fragwürdig. Stellen wir uns einen verhungernden Menschen vor unserer Haustür vor, der mit letzter Kraft anklopft und um Essen bettelt. Mit Thompson könnten wir sagen, es ist sehr nett von uns, ihm etwas zu geben, aber wir sind in keiner Weise dazu verpflichtet, in dieser von uns nicht gesuchten Situation Verantwortung für den Verhungernden zu übernehmen. Diesen Satz würde gewiss nicht jeder unterschreiben. Und das Strafgesetzbuch kennt mit Recht einen Paragrafen über unterlassene Hilfeleistung. Dass eine Situation von uns nicht gewollt wurde und dass wir uns ihr nicht stellen wollen, ist kein prinzipieller Einwand dagegen, Verpflichtung zu übernehmen. Vielmehr kommt es auf ein Abwägen von Fall zu Fall an. Das Dilemma mit dem Geiger führt also in eine Sackgasse, denn es verdeutlicht kein wirklich überzeugendes Prinzip. Das größte Manko des Beispiels aber ist ein entscheidender Kunstfehler. Der Geiger ist ein erwachsener Mensch mit allen entsprechenden psychischen und geistigen Fähigkeiten. Doch wie sieht es mit dem Embryo und dem Fötus aus? Haben sie im vergleichbaren Sinne ein unbedingtes, unantastbares Lebensrecht? Um diese Frage zu beantworten, stehen uns nach dem bisherigen Stand der Dinge drei Wege zur Verfügung. Kants Begriff der Menschenwürde, Benthams Utilitarismus und Housers intuitiver Moralsinn. Beginnen wir mit Kant. Nur an einer einzigen Stelle seines umfangreichen Werkes findet sich ein Satz über Embryonen. Bezeichnenderweise geht es dabei ums Eherecht. Auch der Embryo, schreibt Kant, sei bereits ein mit aller Menschenwürde ausgestattetes Wesen. Wäre er das nicht, so stünde man vor dem Problem, den Zeitpunkt anzugeben, an dem die Freiheit und die Würde des Menschen im Mutterleib beginnen. Diese Frage ist sehr verzwickt, denn die Natur, so Kant, kennt kein Selbstbewusstsein und somit auch keine Freiheit. Wie und wann aber kommt die Freiheit und mit ihr die Würde in den Menschen? Kants Antwort lässt sich heute nur noch aus der Zeit heraus verstehen. Die Freiheit des Embryos beruht auf der Freiheit der Eltern, denn diese haben ihn freiwillig gezeugt, und zwar in einem freien Verbund, der Ehe. Die Frucht dieser freien Vereinigung ist ein freier Embryo. Anders gewendet bedeutet dies zugleich, nur jene Embryonen sind freie und mit voller Menschenwürde ausgestattete Menschen, die freiwillig und ehelich gezeugt wurden. Die anderen sind es nicht. Mit dieser aus heutiger Sicht etwas seltsamen Definition reagierte Kant auf ein Problem seiner Zeit. Im Jahr 1780 hatte der Mannheimer Regierungsrat Adrian von Lamezan die mit 100 Dukaten ausgelobte Preisfrage gestellt. Welches sind die besten ausführbaren Mittel, dem Kindermorde Einhalt zu tun? Die Resonanz von 400 Zuschriften war überwältigend, denn Abtreibung und mehr noch, Kindesmord an Neugeborenen waren im 18. Jahrhundert gängige Praxis. Grund dafür waren in den allermeisten Fällen sexuelle Vergehen von Dienstherren an ihren Mägden. Das Problem war dringlich, denn die Tötung von unehelichen Neugeborenen war ein zwar tabuisiertes, aber doch allseits bekanntes Problem. An einer anderen Stelle seiner Rechtslehre bringt Kant diesem Kindsmord ein gewisses Verständnis entgegen. Da das uneheliche Neugeborene nicht im vollen Umfang frei ist, sondern in den Mutterleib eingeschlichen, wie verbotene Ware, setzt er den Kindsmord anderen Kavaliersdelikten, wie etwa einem Mord im Duell, gleich und plädiert für mildernde Umstände. Mit Kant zu argumentieren ist heute also überaus problematisch, nicht nur, weil es auch unfreiwillig-ehelich gezeugte Embryonen gibt und freiwillig-unehelich gezeugte Embryonen. Das Problem ist, da Kant ohne die Ehe nicht beweisen kann, woher die Menschenwürde des Embryos im Mutterleib kommt, kann er umgekehrt die Tötung von außerehelich gezeugten Kindern nicht verdammen. Ja, in gewisser Weise nicht einmal den Mord an außerehelich gezeugten Erwachsenen. Kants Begründung von der unbedingten Schutzbedürftigkeit des ehelich gezeugten Embryos ist aus heutiger Sicht also an den Haaren herbeigezogen. Und wohl niemand, der sich in der gegenwärtigen Abtreibungsdiskussion auf Kant beruft, teilt dessen Konsequenz, uneheliche Embryonen und Neugeborene anders zu betrachten als ehelich gezeugte. Doch wenn man diese Konsequenz nicht ziehen möchte, warum sollte man dann Kants Begründung von der ehelich erzeugten Menschenwürde des Embryos heute noch eine Bedeutung beimessen? Sie ist schlichtweg veraltert und nur noch aus der Zeit heraus verständlich. Kommen wir damit zum zweiten Weg, dem Utilitarismus. Als Utilitarist stelle ich mir zwei Fragen. Erstens, wie glücks- bzw. leidensfähig ist ein Embryo oder ein Fötus? Und zweitens, was wiegt schwerer? Das Glück und das Leiden des Kindes im Mutterleib oder das Glück und das Leiden der Mutter? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns zunächst darüber verständigen, was ein Embryo wert ist. Kein Utilitarist teilt dabei Kants Ansicht, dass der Lebenswert des Embryos von der freien Eheschließung seiner Eltern abhängt. Ist der Embryo dann noch eine unbedingt schützenswerte Person? Nein, lautet die Antwort. Der Embryo ist ein menschliches Wesen insofern, als er der Spezies Homo sapiens angehört. Aber er ist kein Mensch im vollen moralischen Sinne. Also keine Person. Aber was sind denn Personen? Woran kann ich sie erkennen? Die Vorstellung, was unter einer Person zu verstehen ist, stammt nicht von Bentham selbst. Für ihn war jene Handlung die moralisch beste, die das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl Menschen erzielt. Von Personen ist nicht die Rede. Seine Nachfolger haben darin zwei Schwachpunkte entdeckt und versucht, sie zu beheben. Es begann mit der Frage, was ich eigentlich unter Glück verstehen soll. Für Bentham war Glück das Erleben von Lust im weitesten Sinne. Aber sein berühmtester Schüler, der Philosoph und liberale Politiker John Stuart Mill, war damit sehr unzufrieden. Er wollte den Utilitarismus von dem Verdacht befreien, dass seine Vorstellung vom Glück geistlos und stumpf war. Deshalb bewertete er die geistigen Freuden höher als die körperlichen. Lieber ein unzufriedener Sokrates als ein glückliches Schwein. Doch wenn Geist höher zu bewerten ist als rein körperliche Freude, dann ist der mit reichlich geistbegabte erwachsene Mensch eine wertvollere Sache als etwa ein Neugeborener oder ein Pferd. Und nur ein komplexer Mensch wäre dann eine Person. Eine spätere Generation von Utilitaristen baut dies in ihre Theorie ein. Sie berücksichtigte nicht nur die elementaren Wünsche von Lebewesen, sondern sie bewertete die komplexen menschlichen Wunschvorstellungen viel höher. So hoch, dass sie unbedingt berücksichtigt werden müssen. Diese Richtung nennt sich Präferenz-Utilitarismus. Und nahezu alle modernen Nachfolger Bempfems rechnen sich ihr zu. Für Utilitaristen, die hochentwickelte Präferenzen, Wünsche und Absichten berücksichtigen, darf niemand eine Person, auch nicht Tante Bertha, töten. Jedenfalls nicht, solange sie den dringenden Wunsch hat, am Leben zu bleiben. Embryonen dagegen haben keine komplexen Absichten und Wünsche. Vermutlich haben sie einen Instinkt, am Leben bleiben zu wollen, aber das unterscheidet sie nicht von Salamandern. Für Präferenz-Utilitaristen gibt es bei einem Embryo oder Fötus deshalb nichts, das seine Tötung unter allen Umständen verbietet. Gewiss haben Föten ab einer bestimmten Entwicklungsstufe ein Bewusstsein, aber das haben in ähnlicher Form auch Schweine und Rinder, die wir gleichwohl töten, um sie zu verspeisen. Ein Selbstbewusstsein im Sinne komplexer Absichten und Wünsche aber liegt bei Föten unseres Wissens nicht vor. Daher gelte der Grundsatz, ein Fötus darf prinzipiell auf jeder Stufe seiner Entwicklung getötet werden. Jedenfalls dann, wenn es das Leiden der Mutter entscheidend mindert oder ihr Glück erheblich vermehrt. Soweit der Utilitarismus. Ohne Zweifel ist diese Argumentation klarer, als der Verweis auf Kants unbedingte Menschenwürde für ehelich gezeugte Föten. Gleichwohl hat auch diese Position Schwächen. Man könnte einwenden, dass der Embryo sich geistig vielleicht nur auf der Ebene eines Salamanders bewegt, aber in ihm steckt das Potenzial eines Albert Einstein. Würde er nicht abgetrieben, so wäre er eines Tages ein mit Wünschen und Absichten ausgestatteter Mensch. Ist er damit nicht immerhin eine potenzielle Person? Das ist richtig. Aber das Argument ist nicht ganz so überzeugend, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn Potenzialität ist allgemein kein maßgebliches, moralisches Kriterium. Wer das potenzielle menschliche Leben heiligt, der muss bereits Selbstbefriedigung und Empfängnisverhütung verurteilen, wie es die katholische Kirche, wenn auch erst seit 140 Jahren, tut. Noch klarer wird der Unterschied an einem Beispiel. Halten Sie es wirklich für das Gleiche, ob Sie ein lebendes Huhn in kochendes Wasser werfen oder ein Ei? Potenzialität sagt eben nichts über ein aktuelles Glücks- oder Schmerzempfinden aus und sie erzeugt auch keinen Bewusstseinszustand. Insofern ist sie im Zusammenhang mit Fragen der Moral kein wirkliches Kriterium. Aber es gibt auch andere Einwände. Ein großes Manko des Utilitarismus ist seine Folgenabschätzung. Denn um eine sinnvolle Abwägung zwischen Glück und Leiden vorzunehmen, muss ich die Konsequenzen meiner Entscheidung überschauen und berücksichtigen. Doch das ist gar nicht so leicht. Schon bei einfachen, privaten Fragen fällt es mir oft schwer zu wissen, was für mich besser ist. Gehe ich heute Abend auf die Geburtstagsparty eines Freundes oder zu der Lesung meines Lieblingsschriftstellers, der heute als seltener Gast im Literaturhaus liest? Wie soll ich wissen, was mir am Ende mehr Glück bereitet haben wird? Und um wie viel schwerer ist es, komplexe moralische Situationen und ihre Kette von Folgen zu überschauen? Wer weiß, ob eine Frau, die abtreibt, diesen Schritt nicht bereuen wird? Vielleicht setzt es ihr psychisch stärker zu, als sie zuvor gedacht hat. Und was denkt der männliche Erzeuger darüber? Belastet der Schritt nicht unter Umständen die Beziehung schwerer, als zuvor gedacht? Das ist das Risiko am Leben, würde ein Utilitarist antworten. In keinem Falle jedoch ist es ein Argument für ein generelles Abtreibungsverbot. Der mit Abstand stärkste Einwand gegen die utilitaristische Argumentation ist deshalb ein anderer. Wenn es richtig ist, dass einem Fötus kein absoluter Schutz zugesprochen werden kann, weil er keine komplexen Absichten und Wünsche hat und damit auch keine Person ist, gilt das Gleiche dann auch für einen neugeborenen Säugling? Eine selbstbewusste, freie Person wird ein Kleinkind doch erst irgendwann zwischen zwei und drei Jahren. Kippt der Präferenz-Utilitarismus damit nicht das Kind mit dem Bade aus und erlaubt neben der Abtreibung auch Kindestötungen bis ins dritte Lebensjahr? Dieser Einwand ist sehr gewichtig und in der Tat gibt es Präferenz-Utilitaristen, für die der unbedingte Lebenswert eines Kleinkindes erst ab dem zweiten Lebensjahr einsetzt. Selbstredend befürworten sie damit nicht, dass Kleinkinder bis zu dieser Grenze ohne schwerwiegendes Motiv getötet werden dürfen. Aber die Gründe dafür liegen nicht in einem Wert, den die Person für sich selbst darstellt. Sie liegen in den sozialen Folgen. Kleinkinder stellen fast immer einen sehr großen Wert für ihre Eltern und Angehörigen dar. Und auch Kleinkinder, die dies nicht tun, zum Beispiel weil sie als Findelkinder in Waisenhäusern leben, haben als Hilfsbedürftige zumindest ein Anrecht auf den Schutz der Gesellschaft. Es ist aber nicht leicht für einen Präferenz-Utilitaristen zu sagen, warum dieser Schutz größer sein soll als etwa der Tierschutz. In beiden Bereichen kann man sagen, dass eine Gesellschaft, die nicht fürsorglich, sondern leichtfertig mit Lebewesen umgeht, auf gefährliche Weise verroht. Eine starke Begründung für das Lebensrecht von Kleinkindern ist das aber nicht. Der Präferenz-Utilitarismus hat hier seine Achilles-Förse. An dieser Stelle kommen wir zum dritten Pfad und greifen Mark Hausers Ansicht auf, es gäbe in jedem normalen Menschen so etwas wie einen Moralsinn, also eine intuitive Moral. Wie wir gesehen haben, hat der Utilitarismus in der Abtreibungsfrage eine klare Position. Aber sie erzeugt Konsequenzen, die viele Menschen intuitiv als bedenklich einstufen würden, nämlich einen Mangel an unbedingtem Lebensschutz für Kleinkinder. Wenn Moralphilosophen das Wort Intuition hören, sträuben sich im Regelfall ihre Nackenhaare. Aus Kantianern und Utilitaristen werden in Sekunden schneller Verbündete, wenn es darum geht, den Verweis auf Intuitionen abzuwehren. Gefühle sind unzuverlässig, von Mensch zu Mensch verschieden, von Stimmungen abhängig und auch kulturell nicht in jedem Fall und jeder Frage gleich. Dem gegenüber steht der Versuch der abendländischen Philosophie, ihre Argumente rational, also mit Hilfe der Vernunft, zu begründen und für jeden nachvollziehbar zu machen. Diese starke Ablehnung des Gefühls in der Moralphilosophie ist ein Erbe aus der Schlacht zwischen Philosophie und Kirche. Um sich von der Religion frei zu machen, suchten die meisten Philosophen nach rationalen und möglichst gefühlsfreien Begründungen und definierten den Menschen über den Verstand und über die Vernunft. Dieses Menschenbild ist, wie wir im ersten Teil des Buches gesehen haben, falsch. Körper und Geist lassen sich nicht voneinander trennen, ebenso wenig wie Unterbewusstsein und Bewusstsein. Wenn unsere Moral immer auch etwas mit unseren Gefühlen zu tun hat, dann können wir diese nicht einfach wegkürzen. Natürlich sind Gefühle kein allein selig machender Maßstab, doch eine Moral, die auf ihre Verträglichkeit mit unserer Intuition und damit auf die biologischen Grundlagen unseres Moralgefühls verzichtet, ist sicher schlechter als eine, die diese Intuition mit einbezieht. Ist es tatsächlich sinnvoll, wie im Fall der utilitaristischen Antwort auf die Kleinkinderfrage, Gefühle unberücksichtigt zu lassen, weil sie nicht ins Begründungsschema passen? Und noch weiter gefragt, ist es sinnvoll, so wie es der Utilitarismus tut, das Gefühl der Gerechtigkeit an die oberste Richterstelle zu setzen? Entspricht dies unserer Natur? Wenn eine Frau vor einem brennenden Haus steht, in dem sich ihr Säugling und ihr Schäferhund befinden, und sie kann nur einen von beiden retten, soll sie dann gegen jeden Instinkt und gegen jedes Liebesgefühl aus Gründen der Fairness den Schäferhund retten, weil der die mutmaßlich stärker entwickelten Präferenzen hat? Wenn man keine widersinnigen Verhaltensregeln aufstellen will, kommt man an der Intuition nicht vorbei. Das gilt auch für alle noch so vernünftige und nüchterne Moralphilosophie. Keine kommt ohne Werte aus. Und Werte sind ihrer Natur nach nicht von der Vernunft erdacht, sondern gefühlt. Wenn ich, wie der Utilitarismus, das Gemeinwohl zu einem wichtigen Gut erkläre, so ist das sicher gut nachvollziehbar. Aber es ist nicht die Folge einer logischen Überlegung. Vielmehr ist es ein Wert. Das wird spätestens dann deutlich, wenn jemand sagt, er sei Egoist und das Gemeinwohl interessiere ihn überhaupt nicht. Mein Interesse an anderen Menschen kann ich nicht allein logisch begründen und mein Wille, Gutes zu tun, ist und bleibt eine persönliche Wertentscheidung. Die letzte Basis für jede moralische Regel ist ein Wünschen und Wollen und nicht ein Erkennen oder Wissen. Sich auf einen intuitiven Moralsinn zu berufen, wird heute von vielen Philosophen vor allem deshalb abgelehnt, weil dieser Verweis sehr religiös anmutet. Wenn die katholische Kirche heute alle Angehörigen der Spezies Homo sapiens von der Verschmelzung von Ei und Samenzelle an unter unbedingtem ausnahmslosen Schutz sehen möchte, dann beruft sie sich dabei nicht auf rationale Argumente. Sie beruft sich auf etwas Gefühltes, nämlich auf den Willen Gottes. Kurioserweise aber ist dieser Wille wandelbar, dass Embryonen von ihrer Zeugung an in vollem Umfang beseelt seien, ist eine Festlegung von Papst Pius IX. aus dem Jahr 1869. Zuvor galten die ersten Bewegungen des Fötus, das erste spürbare Lebenszeichen, als Beginn der Beseelung. Das ist als intuitive Empfindung auch viel naheliegender. Denn das gefühlte Leben hat einen anderen intuitiven Stellenwert, als das nur biologisch vorhandene, das oft genug nicht einmal bemerkt wurde und wird. Viele Frauen wussten und wissen auch heute gar nicht, dass sie im Frühstadium schwanger sind. Papst Pius aber reagierte mit seiner Verfügung auf die neuen medizinischen Möglichkeiten der Zeit. In den 1860er Jahren war es gerade möglich geworden, die Schwangerschaft von Anfang an zuverlässig zu diagnostizieren. Unerschrocken und unvorsichtig weitete der Papst den Machtbereich der Kirche kurzerhand auf alle Frucht des mütterlichen Leibes aus. Ihrem Ursprung nach ist Religion die Übersetzung von Intuitionen in Bilder und Gebote. Weitergehend ist sie eine Regelung der sozialen Ordnung. Das religiöse Dogma der Frühbeselung widerspricht aber aller Intuition. Sie ist kontraintuitiv. Zur sozialen Ordnung trägt sie nichts Positives bei. Die gefühlte Bedeutung des frühen menschlichen Lebens ist abhängig vom Wert, den ihm die Mutter und in schwächerer Form der Vater und andere Angehörige beimessen. Je weiter der Fötus sich entwickelt, umso stärker wird diese Bindung im Regelfall. Ein besonderer Sprung ist dabei noch einmal die Geburt. Für den Fötus ist es der Sprung in eine neue Dimension. Er ist das erste Mal biologisch eigenständig. Seine Lebensumwelt ist vollständig verändert und in seinem Gehirn ereignet sich eine Revolution. Auch für Mutter und Vater und andere Angehörige wie Geschwister oder Großeltern eröffnet sich mit dem Sehen, Hören und Anfühlen des Säuglings normalerweise eine neue Gefühlsdimension. So eng die Bindung an den Fötus im Mutterleib auch ist, nur sehr wenige Frauen würden wohl sagen, dass die Bindung nach der Geburt die genau gleiche Dimension hat wie zuvor. Unsere moralische Sensibilität ist also weitgehend eine Frage der sinnlichen Erfahrung und der Fantasie, die mit unseren Gefühlen befeuert wird. Religionen bewahren dieses Gefühl der intuitiven Moral allerdings mehr oder weniger gut. Die Intuition korrigiert den Utilitarismus in zwei Punkten. Sie legt nahe, dass eine Abtreibung umso problematischer wird, je später sie erfolgt. Insofern macht die Grenze von drei Monaten, bis zu der eine Abtreibung in Deutschland straffrei gestellt ist, durchaus einen Sinn. Selbst wenn die Veränderung vom 91. Lebenstag auf den 92. Lebenstag keinen Schritt in eine andere Dimension bedeutet, so lässt sich doch allgemein sagen, dass nach drei Monaten eine natürliche Grenze erreicht ist, bis zu der der Begriff Vegetieren, also ein Leben ohne Bewusstsein, sinnvoll verwendet werden kann. Zweitens erteilt die Intuition Neugeborenen und Kleinkindern ein unbedingtes Lebensrecht, denn ihr Leben gilt uns intuitiv als gleichwertiges menschliches Leben. Dass es Menschen gibt, die diese Intuitionen nicht haben, also emotional unzurechnungsfähig sind, ändert daran nichts. Dieses Problem hat jede Moral. Wie erwähnt, hält auch nicht jeder Mensch das Gemeinwohl für wichtig. Trotzdem setzen Utilitaristen solch eine Empfindung voraus, wobei unmittelbare biologische Instinkte im Vergleichsfall noch zuverlässiger sein dürften als abgeleitete soziale Instinkte. Das Recht auf Leben, sein Wert und seine Würde beginnen also nicht beim Zeugungsakt. Es ist deshalb nicht einzusehen, warum Embryonen bis zum dritten Monat nicht abgetrieben werden dürfen. Bei weiterentwickelten Föten ist die Sache problematischer. Eine Tötung ist von Monat zu Monat eine moralisch bedenklichere Sache. Nachvollziehbare Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel. Wer von dem sehr hohen Risiko erfährt, ein geistig oder körperlich schwerstbehindertes Kind zu bekommen, dessen Pflege sich Mutter und Vater nicht gewachsen fühlen, mag sich zum Tötungsentschluss durchringen. Die utilitaristische Gleichung, die die Wünsche, die Absichten und das potenzielle Leiden der Eltern mit denen des Fötus abwägt, ist grausam, aber ohne Alternative. Noch schwerer fällt die Entscheidung nach der Geburt, wenn ein Kind geboren wird, das im geistigen Dämmerzustand schlummert oder ohne medizinische Apparaturen nicht lebensfähig ist. Ein Säugling mit einem schweren Herzfehler beispielsweise, der sein Leben lang an eine Maschine angeschlossen sein müsste. Welcher andere Maßstab sollte hier angelegt werden, als dass Eltern ihre Empfindungen, also ihren Moralsinn und die daraus abgeleiteten Wünsche und Absichten, abwägen nach Möglichkeit unter kluger und einfühlsamer Beratung. Doch Fragen wie diese sind längst keine Fragen der Abtreibung mehr, sondern sie berühren ein ganz anderes Gebiet. Sie lassen uns darüber nachdenken, unter welchen Umständen es moralisch vertretbar ist, einen Menschen sterben zu lassen oder ihn gar auf seinen eigenen Wunsch hin zu töten. Kapitel 20 Endzeit Soll man Sterbehilfe erlauben? Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer über Kommentare, wie euch die Kapitel gefallen haben und wenn ihr mich unterstützen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.